Oh, du schläfst jetzt gleich ein, Bro. Und du bist eingeschlafen. Ja, du merkst es halt, der Steuerung von ihm. Der spielt definitiv an der Playstation. Das ist trotzdem witzig gerade so. Links, rechts, geradeaus. Links, rechts. Ja, damit kriegt er halt ein paar Sekunden, ne? Die ultra-wichtigsten. Ja, so let's do Belinda. Ja, hol dir den Wecker, Bro. Lul! Hat er einfach die Scheiß-Tur, die Falltür gekriegt. Ja, das ist aber perfekt dann. Ich wünsch' ich hätte ihn mal. Ich glaube, es ist die Gruppe aufgelöst, weil ich wieder auf irgend so Belohnungsding geklickt habe. Nee. Du bist immer noch in einer Partie. Okay. Ich bin level 12. Mein Damm schlägt mir so an, wir wollen nur noch das haben. Okay. 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 Ausstattung. So, was für eine Opfergabe. Ich finde es schade, dass ich so wenige Klamotten habe, zum Auswählen. Ja, das kommt ja alles durch... Spielen, weißt du? Ja. Mit den Marken oben. Ja, ich weiß. Ich habe erst 200 Schillernde Färben. Ich will mir Sachen kaufen. Ich glaube, ich muss mir so richtig günstige DLCs von Depa, oder wenn das alles wieder im Angebot ist, beim nächsten Sale, einfach dickfett zuschlagen, ne? Ja. Hör mal, da investiere ich nicht mehr in Sims, sondern in Dead by Daylight. War hier gerade eine Katze? Nee. Okay. Nee. Ich dachte gerade, ich hätte da einen Schwanz. Egal. Auf dem Bett liegt eine Maus. Hallowina-Water. Mhm. 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 Ja. 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 Den, 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 den. Ich würde dann aber jetzt nur noch ein, zwei Runden machen und dann, ja, entweder noch, ich weiß nicht, ein bisschen schneiden wahrscheinlich. Oh, den will ich ablecken. Bitte was? Ich liebe Leon! Der ist halt total heiß! I'm sorry! But I'm not so. Nur zwei Opfergaben, wow. Gegen den Fallenst... oh nein! Oh nein! Oh, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich habe so eine leichte Vermutung, wer das sein könnte. Ich habe Angst. Nein, eigentlich nicht. Ich finde das Spiel total entspannt. Also, ich weiß nicht, das ist, ähm, nicht so schlimm wie Phasmophobia tatsächlich. Wobei ich das auch cool finden würde, wenn die sowas bei Phasmophobia einbringen würden, dass wenn man keine komplette Partie ist, dass das dann aufgefüllt wird. Weißt du? Wie meine? Ja! Ist das die von Halloween? Ja! Nein! Oh mein... Oh mein Gott... Krank. Kranker Scheiß. Ich bin direkt bei einem Generator gespawnt. Leon ist bei mir! Boah, das ist voll hardcore gerade. Hier liegt ein Schlüssel drin. Nimm ihn. Äh, dann kann ich keinen Medikip mit mir rumfragen. Der Mörder kommt, der Mörder kommt! Wo denn? Okay! Hi! Ich leck ihn ab! Ich leck ihn ab! Ich leck ihn ab! Ah! Hier draußen ist ein Generator, falls das jemanden interessiert. Ach, das ist der Fallentsteller. Verdammt! Ich kann dich nur noch beobachten. Lass mich runter, ich will nicht deinen dicken Haken spüren. Ich will deinen dicken Haken nicht! Er stellt neben mir direkt eine Falle auf. Hier im Gras, direkt neben mir. Oh, will ich mich kriegen? Lülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülül… Ahahaha! Na! 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 ...? Oh, dann kriegst du mich nicht! Oh, dann kriegst du mich nicht? oh verdammt er ist schneller als ich ja ich brauche den anderen skill oh hallo leute ich komme jetzt gleich ich heil mich nur kurz scheiße wurde runter gehoben ja er ist gerade bei mir glaube ich ich bin gerade am generator vorm haus ich habe aber herzschlag das heißt er kommt jetzt jeden moment um die ecke oder sieht mich nicht Oh, der sieht mich nicht! Oh, der sieht mich nicht! Oh, der sieht mich, der sieht mich, der sieht dich! Oh mein Gott, der ist direkt neben mir, Alter. Ich bin gerade so hart im Gebüsch drinnen. Alter. Ey, so viel abgefucktes Glück kann nur ich haben. Alter. Alter. Ich verstecke mich gerade hier im Gebüsch am Generator und der sieht mich halt einfach nicht. Das ist so geil gerade. So, ich muss mal kurz die eine vom Haken runterholen. Nein! 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 Und ich wollte sie nur... Nein! Nein! Ich wollte sie retten! Ah! Ah! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hängst du irgendwo rum? Nein. Ich verstecke mich die ganze Zeit hier am Generator im Gras. Oh nein. Oh nein. Er hat mich. Ja, ich seh's. Oh. Ich komm dich gleich holen. Ich bring mich nur kurz in Sicherheit. Wo ist denn der andere da? Bitte sag mir nicht, dass du jetzt tot bist. Nein. Scheiße. Ja, der rennt grad noch bei dir rum. Der sucht mich. Ist der weg? Oder ist er noch bei dir? Der ist weg. Ne, ich hab Herzschlag. Oh, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Halt noch durch. Und lauf. Vorsicht, ich falle. Ich glaube, er hört mich gleich. Ja, der jagt mich gerade. Shit. Oh nein. Oh nein. Nein. Alter, hast du das gesehen? Ich bin grad voll geflogen. Ich meine, sowas sollte ich nicht cool finden. Oh je. Ey, wenn wir beide das DLC hollen von Resident Evil, könnte ich Kennedy spielen und du, äh, Win... die hieß doch Valentine, ne? Äh, keine Ahnung. Ich komm nicht holen, ich komm nicht holen. Nein! Geh weg. Ich bin tot. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Oh Gott, danke schön. Oh nein, er hat Leon. Ja. Noch zwei Generatoren. Ja. Dankeschön fürs...